Parshva Ardha Bada Kalyasana ist eine Variation von Kalyasana der Göttin Kali. Es ist die seitliche, halbgebundene Kali-Stellung. Du kommst zur Kali-Stellung, gibst zum Beispiel die rechte Hand hinter dem Rücken an die Innenseite des linken Oberschenkels und stützt dich ganz leicht mit dem linken Arm auf den linken Knie ab und beugst dich dabei zur Seite. Parshva hat etwas mit der Seite zu tun, du beugst dich zur Seite und Bada heißt gebunden, weil du mit dem Arm hinter dem Rücken bist und der Hand an den Oberschenkel fasst. Alle Kalyasana-Variationen sind anstrengend, fördern und fordern Oberschenkel und Gesäßmuskeln und auch das Gleichgewicht.